Ein Renault Cynic Vorführwagen ist hier zum Verkauf angeboten. Der Ben bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Kurvenlicht, Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Benziners bei 5,5 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 6,5 Litern.